Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer 14. Helmholtz Environmental Lecture. Ein Thema, das auf große Resonanz gestoßen ist, was auch das Thema des heutigen Abends ist. Resonanz. Ich habe gelernt zwischen Dissonanz und Konsonanz, den richtigen Mittelweg, wenn es ein Mittelweg sein soll. Wir werden mehr dazu hören. Der bekannteste deutschsprachige Zeitsoziologe und Politikwissenschaftler, Professor Hartmut Rosa, ist heute unser Gast. Genau. Und wir werden heute zu einem Thema was hören. Wachstum und Beschleunigung. Die Attraktivität der Steigerungsspirale und ein möglicher Ausweg. Wachstum und Beschleunigung kennen wir alle aus dem Alltag, aus dem Beruf, aus dem Privaten. Sie sind sicher gekommen, wegen dem letzten zwei Wörter. Der mögliche Ausweg. Das hat etwas Spannendes. Da hat jeder Dinge, die er vielleicht erwartet. Ich bin überzeugt, insbesondere diejenigen, die Herrn Rosa noch nicht kennen, aus Funk und Fernsehen oder aus YouTube, sind da ganz besonders gespannt. Die, die ihn kennen, freuen sich auf einen Vortragenden, der präzise, prägnant, spannend formuliert und denkt. Ganz kurz zu seinem Werdegang. Herr Rosa ist 1965 in Lörrach geboren. Das ist für die geografisch weiter weg liegend am Bodensee in der Nähe, beziehungsweise am Rhein. Auf jeden Fall in Süddeutschland. Nahe der Schweizer Grenze. Ein bisschen hört man es auch noch. Kann ich auch nicht verbergen. Da ist irgendwo eine gemeinsame Basis. Studium der Politikwissenschaft, Universität Freiburg. Das ist auch in Baden-Württemberg. Abschluss 92. Research Assistant an der Harvard University in Massachusetts. 95, paar andere Stationen. Letztendlich 97 Promotion in Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Auch wieder mehrere Stationen. Affiliated Professor am Department of Sociology in the New School for Social Research New York. Habilitation 2004 an der Universität Jena. Und seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena. Herr Rosa hat eine ganze Reihe auch von Auszeichnungen verschiedener Art, die brauche ich jetzt nicht alle vorlesen. Einer der wichtigsten in 2016, Traktatuspreis für philosophische Essayistik, das Philosophikum Lech. Und insbesondere auch für sein Werk Resonanz, Doppelpunkt, eine Soziologie der Weltbeziehung. So kam 2016. Er wird reden über dieses Thema, über Beschleunigung, Entfremdung, Weltbeziehung. Seine Arbeitsgebiete. Ich sage das bewusst etwas auskostend, weil ich weiß, dass viele, viele von Ihnen Naturwissenschaftler sind, die vielleicht ein philosophisches Grundinteresse oder ein soziologisches Grundinteresse haben, aber vielleicht nicht so furchtbar viel davon verstehen. Zeitdiagnose und moderne Analyse. Zeit, Soziologie und Beschleunigungstheorie. Wir haben schon darüber diskutiert, was man denkt dazu, ein Physiker oder ein Mathematiker. Beschleunigungstheorie, damit können wir was anfangen, aber wahrscheinlich ist ein bisschen was anderes oder mit Sicherheit. Und trotzdem was zu lernen, auch für die Naturwissenschaftler. Normative und empirische Grundlagen der Gesellschaftskritik. Das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Subjekt- und Identitätstheorien, Soziologie der Weltbeziehung. Also ein, denke ich, ein weites Feld, ein breites Feld. Und insbesondere auch aktuell Landnahme, Beschleunigung, Aktivierung, Dynamik, auch Verbindung zu Ökosystemen, ihrer Überbeanspruchung und so weiter. Moderne Wachstumsgesellschaften. Aufgrund meiner etwas fachfremderen Position haben wir das Vergnügen, dass Herr Groß, Herr Professor Groß aus dem Department Susurz nachher die Moderation leiten will. Er hat auch versprochen, wenn Sie als Publikum nicht so richtig performen, also in den Fragen, dann die nasty questions zu stellen, damit dann der Kollege wenigstens weiß, dass er hier mal in einen richtigen, ordentlichen Diskurs hineingeht und nicht glaubt, dass er sich jetzt bei den Naturwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern am UFZ einfach hier zurücklehnen kann, sondern er wird gefordert. Ich freue mich sehr. Es wird sicher spannend. Die Resonanz ist hervorragend. Wir schwingen ein. Bitte schön, Herr Rosa. Ganz herzlichen Dank, Herr Teutsch, für diese sehr freundliche Einleitung. Wir sind tatsächlich als Baden-Württemberger natürlich Landsmänner, wenngleich ich als Badener mit den Schwaben natürlich. Das tragen wir nachher aus. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hierher kommen zu dürfen und für diese Veranstaltung und freue mich auch in der Tat sehr auf die Diskussion danach. Ich betrachte es fast als eine, eben nicht nur als ein Service der Sozialwissenschaften, dass wir auch mit anderen Disziplinen reden oder ich jedenfalls das sehr gerne mache, sondern ich finde, irgendwann will ich mal im Ruhestand oder so darüber ein Buch schreiben, dass das aus meiner Sicht geradezu die beste Form der Empirie ist. Also es geht mir nicht nur darum, das Wissen, was wir irgendwie im Elfenbeinturm der Sozialwissenschaften produzieren, dann zu anderen Disziplinen oder Menschen zu tragen, sondern umgekehrt. Ich finde, in der Auseinandersetzung damit, dass man auch in den Dialog gerät und dann eben hört, bei uns ist das Resonanzkonzept ganz anders verbucht oder auch unsere Erfahrungen sind ganz andere. Dadurch wird auch das, was wir als Sozialwissenschaftler leisten können, glaube ich, erst gut oder hoffentlich besser. Und deshalb freue ich mich sehr über die Gelegenheit, das heute in diesem Kontext mit Ihnen diskutieren zu können. Ich habe Ihnen ein schönes Resonanzbild mitgebracht in einer alten Fabrikhalle, was die Begriffe Resonanz und Entfremdung, Sie haben es schon gehört, ein bisschen vielleicht versinnbildlicht, aber ich will mich damit nicht lange aufhalten. Der Titel ist Wachstum und Beschleunigung. Und dann die Idee oder dann die Analyse dessen, weil meine Analyse, was ich die ganzen letzten Jahre betrieben habe, darauf hinausläuft zu sagen, moderne Gesellschaften sind nicht, weil sie so gierig sind, weil wir nie genug sind, weil wir uns nie bescheiden können, auf Wachstum, Beschleunigung, Innovation geeicht, sondern aus strukturellen, insbesondere aus strukturellen Gründen. Und das möchte ich erst nochmal mit Ihnen rekonstruieren und dann auch der Frage nachzugehen, was ist denn der kulturelle Anteil davon, unsere Selbstdefinition, unser Selbstverständnis? Warum führt das zu einem Problem und wie könnte man aus diesem Problem vielleicht wieder herauskommen? Ich will also in fünf Schritten vorgehen. Das erste lautet Eskalation, das Weltverhältnis der Moderne. Das ist diese Grundthese. Wir können gar nicht anders als permanent wachsen, beschleunigen, optimieren, innovieren. Das hat ein paar problematische Nebenfolgen, von denen ich mich auf zwei fokussieren will. Das eine ist Desynchronisation. Ich glaube, auf diese Weise kann man einige Einsichten über unser Naturverhältnis und das, was wir als ökologische Krise beschreiben, sich vor Augen führen. Und dann Entfremdung als die kulturelle Seite, warum es sozusagen auch in unserem subjektiven Weltverhältnis und im kollektiven Weltverhältnis ein Problem gibt. Da möchte ich kurz was zur Entschleunigung sagen, weil ich häufig als Entschleunigungspapst oder Entschleunigungsguru, Entschleunigungsprophet, es gibt fast kein Schimpfwort mit Entschleunigung, mit dem ich nicht schon bedacht wurde. Und genauer genommen will ich sagen, das kann nicht die Lösung sein, jedenfalls nicht als Einzel-, als isolierter Selbstzweck. Erstens geht es nicht, zweitens ist es nicht wünschenswert, also brauchen wir eine andere Lösung. Und die sehe ich in einer anderen Form der Bezugnahme auf Welt. Darum geht es mir in meiner neueren Arbeit. Eigentlich, um das gleich vorwegzunehmen, wollte ich irgendwie sagen, ich wollte aus dieser Dichotomie raus, schneller oder langsamer. Weil nämlich, wenn wir wirklich ein Beschleunigungsproblem haben, dann kann die Lösung nicht darin liegen, dass wir auf um 190 Grad das Ding einfach umdrehen. Also das Gegenteil einer falschen Sache ist noch keine gute Sache. Sodass ich glaube, die Lösung muss in einer anderen Form des Inbeziehungstretens, nicht nur des Individuellen, sondern auch des Kulturellen oder des Kollektiven zur Welt treten. Und so komme ich auf mein Resonanzkonzept, das ich Ihnen dann gerne vorführe. Und im letzten Schritt will ich es einfach versuchen, da dilettiere ich vielleicht ein bisschen, aber ich habe mir einige Gedanken darüber schon länger gemacht, wie Resonanz und Steigerung sich in unserem Verhältnis zur Natur und zu dem, was wir Ökosphären nennen könnten, verhält. Okay, also ich will gleich, wie heißt es so schön, Medias in Res gehen und Ihnen meine Definition einer modernen Gesellschaft geradezu vorführen. Natürlich kann man sich, ich kann den Rest des Vortrags damit verbringen, mit Ihnen oder darüber nachzudenken, wie wir Moderne definieren können. Das ist ziemlich kompliziert. Manche sagen, wir sollten den Begriff überhaupt aufgeben. Meistens ist er irgendwie ethnozentrisch oder auf jeden Fall normativ, entweder verzerrt oder aufgeladen. Meine Definition einer modernen Gesellschaft, die wir in Jena in den Postwachstumskollegen wenigstens so ähnlich auch teilen, lautet, dass eine moderne Gesellschaft durch das gekennzeichnet ist, was ich dynamische Stabilisierung nenne. Hier kommt die Definition. Sie ist also dadurch gekennzeichnet, die moderne oder die moderne Gesellschaft, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vom Markt, was bedeutet, dass sie strukturell auf Wachsen, Beschleunigen und Innovieren angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. So nochmal, das klingt vielleicht kompliziert, aber ist ganz einfach. Die Idee ist, man erkennt eine moderne Gesellschaft, vielleicht kann man auch sagen, eine moderne Institution, daran, dass sie zulegen muss, wenn sie sich erhalten will. In der Wirtschaft ist das irgendwie besonders klar, man sieht es da wirklich im politischen Alltagsgeschäft, dass wir sagen, wir müssen irgendwie das Wachstum wieder in Gang bringen, sonst sind wir schon in der Krise. Also sich nicht zu steigern ist für die Institutionen ein Problem. Ich muss Ihnen da jetzt nicht darlegen, wieso das in der Wirtschaft so ist. Sie haben hier die Formel, von mir aus die Marxische Formel, aber man muss nicht Marxistin dafür sein, um die so zu akzeptieren oder um die Logik zu sehen, GWG Strich, das steht für Geld, Ware, mehr Geld, also G Strich, das Strich signalisierten Zuwachs. Und was gemeint ist, ist, dass Kapital nur investiert wird, wenn es ein Versprechen oder eine Aussicht auf den Zuwachs des Kapitals gibt. Kein Mensch investiert in irgendetwas, in eine Fabrik oder eine McDonalds-Filiale oder in sonst etwas, wenn es nicht die Aussicht gibt, das mehr herauskommt, als hineingesteckt wurde. Der Zuwachs ist institutionell notwendiger Teil der Erhaltung ökonomischer Operationen. Und man sieht das zum Beispiel an Griechenland, können Sie das ganz schön studieren, ohne Wachstum haben Sie das Problem, dass Sie Jobs verlieren, jedenfalls dann, wenn Produktivität steigt, oder eigentlich auch aus einer Reihe von anderen Gründen, aber ich will jetzt nicht in ökonomische Theorien verfallen. Sie verlieren Jobs, die Firmen schließen, dann sinken die Steuereinnahmen, aber die Staatsausgaben steigen, weil sie Sozialhilfe zum Beispiel zahlen müssen, weil sie Infrastrukturmaßnahmen ergreifen müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Dann kommt es zu einem massiven Ungleichgewicht im Staatshaushalt, zum Beispiel zu sowas wie Schuldenkrise. Das führt zu einer Delegitimierung des politischen Systems, alles das können wir schön in Griechenland studieren und damit zu einer Systemkrise. Also was man daran sieht, ist, Wachsen ist notwendig, um sich zu erhalten. Das sagt irgendwie die Weltbank, aber das sagt eigentlich von der Partei der Linken bis zur Partei der AfD, alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wir müssen irgendwie Wachstum erhalten und es geht nicht ohne Beschleunigen, ohne Optimieren und vor allen Dingen nicht ohne Innovieren. Also Wachsen, Beschleunigen, ich werde gleich noch ein bisschen was zur Definition der Begriffe sagen, aber Wachsen, Beschleunigen, Innovieren sind notwendig, um so zu bleiben, wie wir sind und das ist das Kennzeichen der Moderne. Man muss wachsen, beschleunigen, innovieren, um so bleiben zu können, wie wir sind. Ohne die geraten wir in die Krise. Das heißt für uns alle eigentlich, egal wie schnell Sie dieses Jahr rennen, weil eigentlich, glaube ich, für die meisten Menschen, gerade im Wissenschaftsbetrieb, kennen wir das sehr gut. Wenn ich Sie fragen würde, wie geht es Ihnen gerade so, bin ich sicher, ungefähr 80% von Ihnen würden sagen, eigentlich ganz gut, ist nur so hektisch. Dann sage ich, nein, eigentlich, wenn Sie sagen, ist so hektisch im Moment und mein Ratschlag lautet, streichen Sie das im Moment. Es wird sozusagen Struktur notwendigerweise nächstes Jahr schlimmer. Nächstes Jahr müssen Sie ein bisschen schneller laufen als dieses Jahr, damit Sie da bleiben können, wo Sie stehen. Jetzt könnte man also sagen, gut, wo es sagt, Kapitalismus ist an allem schuld. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde, es ist offensichtlich, dass in eine kapitalistische Wirtschaftsverfassung diese Steigerungslogik strukturell eingeschrieben ist. Ich glaube aber, dass wir sie auch in anderen Institutionen beobachten können. Ich will jetzt, da ich beschleunigen muss, nur eine Stunde habe, das nicht so weit treiben, sondern nur ganz kurz über das Wissenschaftssystem, in dem ja viele von uns tätig sind, für eine Sekunde darüber nachdenken. Ich glaube, man sieht die gleiche Logik wie im Wirtschaftssystem. Geld wird nur investiert. Ökonomisch tätig sind wir nur, wenn wir Steigerungsversprechen geben können. Das sehen wir auch in der Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, und zwar nicht nur aus ökonomischen Gründen. Weil für die meisten Kulturen und auch für die Hochkulturen, die wir kennen, Griechen, Babylonier, Azteken, Inkas, Inder, egal wen Sie nehmen, ist in der Regel Wissen ein Schatz, der kultiviert, bewahrt, rein erhalten und weitergegeben werden muss. Bei Hochkulturen drin früher oder später in der Institution der Schule in Erscheinung, eine Skola oder so etwas, in der dieses Wissen möglichst rein reproduziert weitergegeben wird. Fast alle Kulturen kennen dann auch Lehrer und Schüler, meistens ist es ja patriarchal, Lehrer-Schüler-Verhältnisse, in der die Lehrer das Wissen weitergeben, und das Wissen wird in der Regel zurückgeführt auf heilige Quellen, manchmal geheime Offenbarungen, oder wenigstens auf die Vorväter und Vormütter, sodass Wissen als Schatz weitergegeben wird. In der Moderne, im Deutschen kann man das besonders schön abbilden, wird die Beschäftigung mit Wissen, die höchste Institution des Wissens ist nicht die Schule, sondern die Wissenschaft, und in dem Schaffen hören Sie die Steigerungsmoment. Wissenschaft ist nicht die Institution, die das Wissen bewahrt und weitergibt. Wissenschaft ist die Institution, die konstitutiv neues Wissen schafft, die neues Wissen schaffen muss. Max Weber hat das in Wissenschaft als Beruf schön dargelegt. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin wissen nicht nur, sondern sie setzen darauf, dass nach ihnen andere kommen, die über sie hinausgehen und ihr Wissen wertlos machen geradezu. Deshalb habe ich hier die Formel W' erfunden, die soll heißen Wissenforschung, mehr Wissen. Das ist die Logik, wie wir mit Wissen umgehen, sodass ich finde, diese Idee der Steigerung, der Strukturerhaltung durch Steigerung ist auch jenseits der ökonomischen Logik modernen Institutionen eingeschrieben. Wir können das Wissenschaftssystem nicht aufrechterhalten, ohne uns zu steigern. Dass sich dann in unserem Alltag die ökonomische Logik, mehr Drittmittel generieren zum Beispiel, und auch externe Beschleunigungsprozesse, nämlich mehr Publikationen pro Jahr, mehr Doktoranden pro Jahr, ich weiß nicht, welche Steigerungsprobleme Sie alle haben. Aber wenn Sie Zielvereinbarungen lesen, das ist hochspannend, lesen Sie mal eine x-beliebige Zielvereinbarung zwischen der Uni und dem Land. Ich habe jetzt nicht die für der Uni Leipzig gelesen, aber ich kenne die der Uni Siena oder Erfurt zum Beispiel. Das sind Dokumente einzigartiger Steigerungszwänge. Wir versprechen, wir schwören geradezu, die Zahl der Studierenden zu erhöhen, die Zahl der Doktoranden und Habilitantinnen zu erhöhen, und vor allen Dingen natürlich der Abschlüsse, die Zahl der internationalen Kooperationen zu erhöhen, die Zahl der internationalen Publikationen zu erhöhen, die Zahl der Drittmittel gewaltig zu erhöhen, 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 steigern, sonst gibt es keine Strukturerhaltung, sonst gibt es Streichung und so weiter. Gut, also, das schreibt mir aber nochmal, ein externer Zwang zu sein. Es geht mir jetzt einfach um die reine Binnenlogik, Wissen, Forschung, Mehrwissen, ist auch da ein Steigerungszwang, der systematisch angelegt ist. Übrigens kann ich das Gleiche für die Kunst sagen. In der Kunst zum Beispiel geht es nicht mehr darum, mimetisch ein Stilideal oder die Natur nachzuahmen, sondern originell innovativ zu sein, über das hinauszugehen, was man bisher hatte. Über das Rechtswesen geht es nicht darum, irgendwelche heiligen Gesetze weiterzugeben oder die besten Gesetze zu finden, sondern Gesetzgebung ist ein Dauerprozess und so weiter. So was ich also sagen will, jenseits der Diskussion um multiple Modernen, ich habe vorhin schon gesagt, bei der Frage, was ist eine moderne Gesellschaft, gibt es einen großen Streit, und viele beantworten sie mit multiplen Modernen, und dass sie sagen, es gibt nicht die Moderne. In Brasilien sieht die ganz anders aus, als in China oder in Indien oder in Japan oder von mir aus in den real existierthabenden Sozialismen oder in Südafrika. Also multiple Modernities, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Regime und auch Varieties of Capitalism. Es gibt ganz unterschiedliche Marktsysteme. Es gibt das rheinische Modell, also das deutsche zum Beispiel, zum Teil das französische. Es gibt das angelsächsische, es gibt das asiatische Modell des Kapitalismus. Und dagegen will ich sagen, ja, es gibt unterschiedliche Zeithorizonte und unterschiedliche Steigerungsregime, aber alle Modernen und alle Kapitalismen teilen diesen Steigerungszwang, Systemerhaltung durch Zulegen. Sodass ich sagen würde, mit Max Weber, das stahlharte Gehäuse der Moderne, von dem Weber spricht, ist genau dieser Steigerungszwang. Egal wie Sie es machen, egal mit welchem Zeithorizont, ohne Steigerung, ohne Wachsen, Beschleunigen, Innovieren, kann sich dieses System nicht erhalten. Und das Problem ist jetzt, da denke ich, dass ich bei den vielen NaturwissenschaftlerInnen vielleicht auf Zustimmung stoße werde, man kriegt Eskalationskurven in der substanziellen oder materiellen Output. Zum Beispiel, wenn Sie nur, also manche Kollegen sagen, ach Rosa, Sie mit Ihrem Wachstumszwang oder so, wir haben in Deutschland im Schnitt oder in den entwickelten Industriestaaten noch 1,3% Wachstum im Jahr. Ist doch nicht viel. Naja, kommt drauf an. Allein seit dem Jahr 2000, wenn wir 1,3% Wachstum im Jahr annehmen, haben wir in 15 oder 16 Jahren schon 20% Increase an der Wertschöpfung beziehungsweise am Output. Und 15 Jahre sind nicht so viel. Und deshalb kommt es dazu, dass selbst im Krisenjahr 2008 der wirtschaftlichen Zuwachs, nein, Moment, doch das geringe Wachstum von damals 0,7% oder so, genauso viel Output war, wie im gesamten Kaiserreich produziert wurde. Also was ich sagen will, ist, wir kriegen Eskalationskurven, nicht einfach lineare Wachstums- oder Beschleunigungsraten. Also nicht die Raten, sondern doch die Raten, wenn Sie in die substanzielle Dimension gucken. Also das stahlharte Gehäuse ist der Zwang, wachsen zu müssen, beschleunigen zu müssen und Innovationsleistungen zu steigern. Egal, wie man es macht, egal, auf was die sich jeweils richten. So, jetzt habe ich aber schon gesagt, nach meiner Diagnose, nach meiner Lesart, ist an diesen Steigerungszwängen, sind wir nicht einfach die Opfer, wir Menschen, die darin leben. Wir sind nicht die Opfer eines institutionellen Regimes, das erbarmungslos über uns hinweg geht, sondern es hat eine kulturelle Seite, diese Steigerungsversprechen, wachsen, beschleunigen, innovieren, ist für uns auch ein kulturelles Versprechen, das trägt fast so etwas wie eine Verheißung. Wir wollen das auch, wenn Sie so wollen, zwar nicht in allen Umständen und in allen Kontexten, aber grundsätzlich scheint uns das attraktiv und zwar deshalb, weil uns dahinter ein Versprechen von Weltreichweitenvergrößerung liegt. Das ist mein neues Schlagwort in dem Resonanzbuch, habe ich versucht, auf diese Formel zu bringen. Man kann das mit Heinz von Förster, das ist jetzt nicht wirklich Heinz von Förster, das ist eine umgeschriebene Definition als kategorischer Imperativ, wie handeln Sie in Ihrem Leben, nämlich so, dass Ihre Weltreichweite größer wird. Was meine ich damit? Ich meine, dass wir individuell und kollektiv, aber wir machen es mal für eine Sekunde individuell, wenn Sie vor Entscheidungen stehen, in aller Regel sich so entscheiden, dass Sie mehr Welt verfügbar, erreichbar, kontrollierbar kriegen, dass Sie mehr Welt in Reichweite bringen. Deshalb ist zum Beispiel Geld für uns attraktiv. Das ist eine spannende Frage, warum ist eigentlich Geld attraktiv für moderne Subjekte? Und offensichtlich so attraktiv, dass auch wenn Sie Ronaldo sind, Sie das Gefühl haben, die 72 Millionen im Jahr reichen, ich muss da irgendwie noch was dafür machen, oder zum Winkel, oder egal wer. Genau genommen hört die Attraktivität des Geldes nie auf, auch nicht bei den Millionären, oder nicht mal bei den Milliardären. Und warum nicht? Weil Geld das Zaubermittel des Weltverfügbarmachens ist. Selbst wenn Sie reich sind, wenn Sie zum Beispiel heute im Lotto gewinnen, oder morgen, oder am Samstag, dann bringen Sie mit diesen Millionen, die Sie da kriegen, Welt in Reichweite, und zwar in eine buchstäbliche, alltägliche Reichweite. Sie können dann einfach mal zum Weihnachtsshoppen nach New York fliegen, oder nach Tokio, das kommt wirklich buchstäblich in Ihre Reichweite. Oder sich eine Yacht kaufen, und in diese Welt, entweder der sozialen Welt der Yachten, oder vielleicht in die Antarktischifffahrt, oder sonst etwas eintauchen. Oder sich ein Haus in den Bergen kaufen, und die Bergwelt erschließen. Oder ein Superteleskop, oder wenn Sie ganz reich sind, sogar Weltraumfahrt in Betracht ziehen. Sie bringen damit Welt in Reichweite, Sie machen sie verfügbar. Und das gilt für fast alle Dinge. Warum wollen die meisten Menschen lieber in Leipzig wohnen, statt in Jena? Weil Sie dann sagen, naja, bei Leipzig habe ich ganz andere Möglichkeiten, mit dem Gewandhausorchester, mit der Opa, mit der ersten Bundesliga im Fußball. Ich habe da alles in Reichweite. Ich kann da einfach am Wochenende hin. Natürlich habe ich auch in Jena tendenzielles Gewandhaus in Reichweite, aber das ist dann ein Act. Das ist nicht in meiner alltäglichen Reichweite. Da muss ich dann schon ziemlich weit fahren. Und so geht das mir über fast alle Dinge. Warum ist ein Smartphone interessant? Ich meine, egal, was Menschen darüber sagen, und auch wenn wir noch so viel darüber schimpfen, wie doch diese neue Technik irgendwie ganz böse ist, aber mehr oder früher oder später haben wir sie alle. Und warum? Weil sie die Welt in Reichweite bringt. Ich habe alle meine Freunde in der Hosentasche. Ich habe sie erreichbar und alles Weltwissen und alle Musik der Welt und alle Kunst, die irgendwie digitalisiert wurde, habe ich erreichbar zugänglich. Wir bringen Welt in Reichweite. Wir müssen sie fast in Reichweite bringen. Mit Technologien dieser Art, mit Transporttechnologien, mit Geld. Ich meine, Wissenschaft überhaupt, ich meine, was macht denn Wissenschaft? Die Idee ist, ich habe es beschrieben über Steigerungslogik, aber was wir machen ist, mit neuen Satelliten und Teleskopen weiter ins Weltall hinaus zu blicken. Mit Mikroskopen tiefer in die Materie hinein, mit anderen Geräten besser die Organe und die Prozesse, die darin ablaufen, zu verstehen. Es ist permanent der Versuch, mehr Welt in Reichweite zu bringen, in die Reichweite des Wissens, in die Reichweite der Steuerbarkeit und der Kontrolle, in die Reichweite des alltäglichen, auch kommerziellen oder konsumtorischen verfügbar machens. Also unser kulturelles Programm lautet, lass uns Welt verfügbar machen, in Reichweite bringen, lass uns reich werden durch ökonomischen Erfolg, lass sie uns technisch erreichbar machen mit Kommunikationsmitteln und Transportmitteln und so weiter. Wir versuchen sie technisch, wissenschaftlich, ökonomisch in Reichweite zu bringen und übrigens sogar sozial. Auch die soziale Programm, das was man unter Emanzipation oder Befreiung in vielerlei Hinsichten verstanden hat, ist genau das, Welt auch für die Bürger erreichbar zu machen. Die Welt der Politik wird durch demokratische Verfahren erreichbar gemacht. Ich darf jetzt mitregieren oder die ständischen Schranken, dass man nur Menschen heiraten darf, die im gleichen Stand sind oder so. Alles das wird aufgehoben, mehr Welt wird erreichbar gemacht, wenigstens theoretisch. Sie können sogar die sozialen Veränderungen so beschreiben. Das große Versprechen, was die Moderne antreibt, ist das Versprechen, ist die Idee, dass Welt verfügbar, erreichbar, wissbar und gestaltbar wird. Damit habe ich schon gesagt, warum mehr haben, warum diese Steigerungslogik subjektiv attraktiv ist. Mehr Geld haben, bessere Technologie haben und übrigens auch mehr Wissen haben. Das gilt auch für das Wissen. Lernen Sie Englisch. Warum? Weil Sie sich damit eine ganz neue Welt erschließen. Sie bringen die gesamte Welt der englischen Sprache und Kultur in Ihre Reichweite, wenn Sie diese Sprache erlernen. Sie können die Internetseiten besuchen, Sie können die Fernsehprogramme sehen, Sie können, wenn Sie ins Land geht, mit den Menschen reden. Sie bringen Welt in Reichweite, dadurch, dass Sie Englisch lernen. Und wenn Sie Chinesisch lernen, dann bringen Sie sich erneut eine ganz neue Welt in Reichweite. Okay. Also, mehr haben ist subjektiv attraktiv, weil es mehr Welt in Reichweite bringt. Man sieht genau darüber, wie das verknüpft ist mit dem strukturellen Steigerungsprogramm. Wir haben seit der, da sehen Sie übrigens auch, was ich mit Eskalationslogik meine. Wir haben seit 1900 die Zahl der durchschnittlichen Güter in unserem Haushalt, der Objekte in unseren Haushalten, von etwa 400 auf etwa 10.000 Objekte gesteigert. Also um 1900 hat der durchschnittliche mitteleuropäische Haushalt etwa 400 Objekte beherbergt. Heute sind es etwa 10.000. Ganz abgesehen davon, dass die Umschlagsgeschwindigkeit deutlich höher geworden ist in fast allen Bereichen. Wir haben die Zahl der Kontakte gewaltig vermehrt. Kenneth Gergen, amerikanischer Sozialwissenschaftler, hat irgendwie berechnet, dass der durchschnittliche Pendler, der von Connecticut nach New York und zurückfährt, auf seinem Weg zur Arbeit am Tag schon mehr Menschen begegnet, als es der mittelalterliche Mensch in seinem ganzen Leben tat. Wobei er den Menschen, die er begegnet hat, da berechnet er ein, die Leute, von denen er in der Zeitung liest, mit denen er in Facebook in Kontakt ist, von denen er im Radio hört, oder die er im Fernsehen sieht und so weiter. Wir haben ja auch tatsächlich von all diesen Menschen mentale Abbilder. Wenn ich irgendwie Berlusconi sage oder Trump oder Ronaldo oder so, haben wir alle ein mentales Abbild davon. Also wir haben die Zahl der Güter eskalatorisch angesteigen lassen, wir haben die Zahl der Kontakte eskalatorisch ansteigen lassen, wir haben die Zahl der Möglichkeiten, die wir zu jedem Zeitpunkt haben, ähnlich gewaltig eskalieren lassen. Was wir nicht eskalieren können, ist aber übrigens die Zeit, deshalb habe ich da einen Klammer dahinter, Zeitnot geschrieben. Zeit ist der eine Faktor in dem Spiel, den Sie nicht vermehren können. Für die vielen Güter, die wir produzieren, konsumieren, zirkulieren, für die vielen Kontakte, die Sie potenziell haben, für die vielen Optionen, die sich Ihnen bieten, haben Sie dummerweise trotzdem nur 24 Stunden am Tag oder 365 Tage im Jahr, sodass Sie jetzt für jeden Einzelkontakt, für jedes Einzelgut viel weniger Zeit haben im Durchschnitt. Die durchschnittliche Zeit ist deutlich gesunken. Aber nochmal sozusagen, die Vermehrung von Weltreichweite ist auch irgendwie das, was uns eine Art von Weltpotenz gibt. Denken Sie an Geld, denken Sie aber auch an Technik, Geld wie Technik zum Beispiel, oder eben auch der Wohnort Leipzig, gibt Ihnen eine Art von Potenz an die Hand, Welt, die Sie erreichbar haben. Möglichkeiten damit auch Kontingenzen, also Unsicherheiten in der Zukunft zu bewältigen. Gleichzeitig muss man sagen, das habe ich vorhin schon gesagt, es ist dieses Doppelperspektive, Reichweitenvergrößerung ist attraktiv, es geht zusammen mit unserer Vorstellung von Glück und von Freiheit, das muss man wirklich sehen, weil ich würde falsch verstanden oder ich würde es falsch machen, wenn ich immer nur so tue, als seien wir die Opfer von Beschleunigungs- und Steigerungszwängen. Es ist eine Freiheitserfahrung, wenn ich plötzlich Welt erreichbar habe. Ich mache das übrigens gerne an der Transporttechnik fest. Wenn Sie ein kleines Kind sind und das erste Fahrrad kriegen, das ist eine Vergrößerung Ihrer Weltreichweite. Jetzt kann ich meinen Freund vier Straßenzüge weiter weg einfach ruckzuck besuchen. Und wenn ich das erste Moped kriege, ich komme aus dem Schwarzwald, Sie haben es schon gesagt, dann kann ich bis zum Nachbarn fahren mit meinem Moped. Das ist plötzlich in meiner Reichweite, und zwar in meiner alltäglichen Reichweite. Ich kann da nach der Schule schnell hin. Und wenn ich das erste Auto habe, dann kann ich bis nach Freiburg oder Stuttgart fahren oder von hier vielleicht nach Berlin. Da kommt Berlin in eine Art von Alltagsreichweite. Und wenn das Flugzeug ins Spiel kommt, dann ist plötzlich London oder Rio oder Tokio in Reichweite, wenngleich es vielleicht noch ein bisschen teuer ist. Aber damit sind Freiheits- und Glücksversprechen verbunden. Aber das ist die eine Seite zugleich, ist eben auch der Steigerungszwang im Spiel. Ich habe das schon gesagt, für die kollektive Seite, wenn die Wirtschaft nicht wächst, die Wissenschaft ihr Wissen nicht erweitert, dann kriegen wir strukturelle, institutionelle Krisen. Aber diese Logik übersetzt sich in das individuelle Handeln. Das ist eigentlich soziologisch auch völlig logisch, weil Wachsen beschleunigen und Innovieren nicht vom Himmel fallen. Es sind die Subjekte, die die Wachstums-, die Beschleunigungs-, die Steigerungsleistungen erbringen müssen. Und wie erbringen wir sie? Warum erbringen wir sie? Zum Teil, weil es attraktiv ist, zum Teil aber auch einfach durch Zwang, insbesondere durch Wettbewerbszwänge. Moderne Gesellschaften verteilen alles, was sie zu verteilen haben, in der Logik der Konkurrenz, im Modus des Wettbewerbs. Nicht nur das Geld oder das Einkommen, sondern die Privilegien und Positionen, also wer darf studieren zum Beispiel, oder wer darf am Helmholtz-Zentrum arbeiten, wird in dem Wettbewerbssystem entschieden, nicht irgendwie durch Geburt oder sonst wie festgelegt. Oder aber auch Anerkennung und Status beispielsweise und übrigens auch so etwas wie Freunde und Ehepartner oder so, wird alles im Modus der Konkurrenz vergeben. Wir konkurrieren zum Beispiel auch, um soziales Kapital, Beziehungen zu haben, Freunde zu haben. Jeder weiß, dass es blöd ist, wenn alle zu einer Party eingeladen sind, bloß mal selber nicht hier. Für Studenten ist es durchaus vielleicht noch eine heiklere Sache. Wenn man älter wird, wird man ein bisschen gelassener, dann bin ich halt heute mal nicht eingeladen. Aber grundsätzlich ist das gesamte Allokationsspiel auf ein Wettbewerbssystem umgestellt. Und ich glaube deshalb, und deshalb, das führt dazu, mein Kollege Oliver Nachtwey, der dieses Abstiegsgesellschaftsbuch geschrieben hat, verwendet auch diese Metapher der Rolltreppe nach unten. Für moderne Subjekte, für Sie und mich, ist das Lebensgefühl eins, dass wir auf Rolltreppen nach unten stehen. Das ist sozusagen die Kehrseite der dynamischen Stabilisierung. Wenn wir nicht nach oben laufen und steigern und anstrengen, dann werden wir ins Abseits befördert. Wir verlieren unsere Kapitalbasis. Wir sind gezwungen, ich weiß nicht mehr, wie rum ich das machen muss, so. Wir sind gezwungen, unser ökonomisches Kapital permanent, ich meine, das ist mit allen Kapitalsorten so, Sie müssen es investieren, um es zu erhalten und zu steigern. Und deshalb ist überall da, wo uns das nicht gelingt, sind wir schon auf dem absteigenden Ast. Max Weber definiert die Situation des Unternehmers so, dass er sagt, wenn er nicht hinaufsteigt, dann sinkt er schon hinab. Es gibt keine Alternative. Und das ist genau die existenzielle Situation von uns allen. Wir müssen danach streben, das ökonomische Kapital durch Vermehrung zu erhalten, aber auch das kulturelle Kapital, Wissensbasis, das soziale Kapital, Beziehungsnetze, Freundschaften, auch Verwandtschaften, sind heute nicht mehr selbstverständlich als Basis, sondern man muss schon an Weihnachten mal eine Karte schicken, wenn man sich irgendwie noch darauf verlassen will, dass man überhaupt eine Beziehung hat zu den Menschen. Und besonders interessant ist auch das Körperkapital. Genau genommen sind Sie alle vermutlich permanent damit beschäftigt, Ihr Körperkapital zu erhalten. Fitness, Gesundheit, Attraktivität, Kreativität, Wellness, Entspannungstechniken kommen da ins Spiel, um das Körperkapital in dem Steigerungsspiel zu erhalten. Also, wir haben ein Zusammengehen von attrahierenden Faktoren, Weltreichweitenvergrößerung ist Verheißung und dem Zwang, unsere Position zu erhalten, durch Steigern, durch Mitlaufen. Das ist sozusagen das, was ich sagen wollte, über die Attraktivität der Steigerungsspirale. Genau genommen gibt es darauf zwei Antworten. Wachsen, Beschleunigen und Innovieren ist zu einem institutionellen Zwang geworden, ohne den wir den Status Quo nicht erhalten können und wird getrieben von der Verheißung auf Vergrößerung von Weltreichweite. Gut. Warum ist es schlecht? Oder ich will gar nicht mal sagen, ehrlich gesagt, will ich gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich will nur sagen, es kann zum Problem werden, aus zwei Gründen. Das eine ist, es lässt sich nicht alles gleichermaßen dynamisieren. Auf Englisch sage ich gerne, not everything is equally speedable. Sie können nicht alles gleichermaßen beschleunigen oder steigern und was langsam bleibt oder langsamer wird oder langsamer ist, wird systematisch abgehängt. Gut, das kann man in einer Reihe von Dimensionen durchspielen. Für diesen Zusammenhang ist vielleicht Umweltproblematik am spannendsten. Ich würde das gerne mit den Expertinnen und Experten hier vor Ort diskutieren, weil ich nämlich schon finde, dass man sagen kann, die Ökokrise ist eigentlich eine Desynchronisationskrise. Geschwindigkeiten, sozio-technische Geschwindigkeiten sind zu groß geworden für Natur, für die Eigenzeiten der Natur, wie man vielleicht mit Novotny oder anderen sagen könnte. Also, dass wir Bäume umhacken, ist ja vielleicht nicht per se ein Problem. Das machen Biber auch seit Jahrtausenden. Aber wenn wir sie so schnell umhacken, dass sie nicht mehr nachwachsen können, zum Beispiel im Regenwald, dann wird es ein Problem. Und dass wir Fische fangen, auch nicht besonders dramatisch. Aber wenn wir sie so schnell leer fischen, die Ozeane, dass sie sich eben nicht reproduzieren können, schon ein Problem. Und wahrscheinlich sind auch die Emissionen, das ist ja jetzt kein besonders originelles Argument, dass wir alle möglichen Emissionen produzieren, wäre auch kein Problem, weil die Natur damit umgehen kann, auch die Atmosphären oder die Ökosphären. Aber wenn wir sie so schnell produzieren, dass sie eben nicht mehr gleichmäßig verarbeitet werden können, dann wird es zu einem Problem. Ich finde sogar, irgendwie die Sozialwissenschaftler weigern sich, systematisch das mit mir zu diskutieren, also habe ich vielleicht bei Ihnen meine letzte Hoffnung. Ich finde nämlich seit Jahren, dass das, was wir als Klimawandel, also als Treibhauseffekt diskutieren, eigentlich eine Beschleunigungswirkung ist. Und das ist auch kein Zufall. Also ich meine, meine Diagnose der Beschleunigung lautet ja, dass wir tatsächlich die Welt materiell in Bewegung setzen. Wenn Sie an die Masse an Menschen denken, die wir in Bewegung haben, zum Beispiel während ich hier rede, sind 1,5 Millionen Menschen über uns in der Luft, also über der Welt. Aber natürlich kommen dazu die Kapitalströme, also Rohstoffe und Warenströme zum Beispiel. Also Modernisierung ist ein buchstäbliches, materielles Beschleunigen von Welt. Wir setzen wirklich Welt in Bewegung, auch durch die Umwandlung von solchen Räumen wie hier, die wir immer schneller neu machen. Die Beamer sind neu, die Lampen sind neu, die Bilder sind neu. Jedenfalls ist der durchschnittliche Erhaltdauer von all diesen Dingen sinkt. Also wir haben eine Beschleunigung der materiellen Stoffwechselprozesse sondergleichen. Und das geht nur mit physischer Energie, meistens mit kohlenstoffbasierter Öl und solche Geschichten. Und diese Beschleunigungswirkung, die wir auf der Erde soziotechnisch erzeugt haben, beschleunigt die Atmosphäre da oben. Das ist doch irgendwie nach meinem Verständnis so, dass Temperaturerhöhen, also Erwärmen, eine molekulare Beschleunigung ist. Oder von mir aus eine atomare. Diese Dinger da drin, ich glaube, es sind die Moleküle, die bewegen sich schneller als vorher. Ja, Sie sagen mir nachher was Falsches, aber genau genommen ist mir egal, ob es die Atome oder die Moleküle sind. Erwärmung von bestimmten atmosphärischen Schichten bedeutet Beschleunigung. Durch die Erdbeschleunigung haben wir eine Art von atmosphärischer Beschleunigung, die zu einem Problem wird. Gut. Also, jedenfalls glaube ich, dass man Desynchronisation zwischen den Eigenzeiten, den Temporalitäten in einigen ökologischen Zusammenhängen und solchen in den sozio-technischen Zusammenhängen oder sozioökonomischen Zusammenhängen sehen kann. Es gibt aber andere Desynchronisationsprozesse. Die gegenwärtige politische Krise lässt sich meiner Ansicht nach sehr gut verstehen als Desynchronisationskrise. Demokratie gehört zum Reichweitenvergrößerungsprogramm. Es gehört übrigens auch, wozu ich gleich noch komme, zum Resonanzprogramm, dass nämlich Demokratie das Instrument ist, mit dem wir Welt gestaltbar machen. Genau genommen war es durchaus auch demokratische Steuerung, die diese Beschleunigungswirkungen erzielt hat, durch Bildungspolitik, durch Infrastrukturpolitik, durch Wirtschaftspolitik. Aber Demokratie ist zeitaufwendig. Die Idee demokratischer Selbststeuerung von Gesellschaften bedeutet nicht, dass wir mal abstimmen, ob man auch gegen Flüchtlinge ist, ja, ja, auch dagegen. Sondern Demokratie ist die Formulierung sozusagen, erst mal sozusagen das Finden und Ausformulieren unterschiedlicher gesellschaftlicher Gestaltungsmöglichkeiten und Positionen. Und dann das Eintreten in einen Deliberationsprozess, in dem Argumente formuliert, aber auch geprüft und miteinander ausdiskutiert werden. Was zur Folge hat, das ist die ganze Geschichte des republikanischen Denkens, dass man dabei seine Position verändert, weil man sowas wie lernt. Man hört Argumente, an die man vorher noch nicht gedacht hat. Man wird konfrontiert mit Positionen, die vorher noch nicht die eigenen waren. Und in diesem Deliberationsprozess verändern sich Positionen und Argumente so, dass ein Konsens gefunden werden kann, ein gesellschaftlicher Gestaltungsauftrag entsteht. Das bedeutet nicht, dass man die andere Seite einfach niederwählt. Das ist nicht Demokratie. Aber diese Art von demokratischen Prozess, bei dem Positionen formuliert, gestaltet, in einen Deliberationsprozess überführt werden und dann in eine Gestaltungsoption, die möglichst konsenshaft ist, mündet, das ist zeitaufwendig. Und dieser Vorgang demokratischer Selbststeuerung wird zeitaufwendiger, wenn die Gesellschaft pluralistischer wird und wenn sie dynamischer wird und wenn die zu entscheidenden Gegenstände komplexer werden. Also glaube ich, wir haben es mit einer massiven Zeitkrise, mit einer Desynchronisationskrise zu tun. Das ist wenigstens die eine Seite der Demokratiekrise. Demokratie wird eigentlich ihrer Eigenlogik nach langsamer, aber die Märkte insbesondere, die ökonomischen und auch die medialen Geschwindigkeiten nehmen zu, führt zu einer Desynchronisation. Ich glaube, man kann sogar die Finanzmarktkrise, an deren Nachwählen wir immer noch leiden, als Desynchronisationskrise beschreiben, weil sie nämlich die Finanzmärkte beliebig beschleunigen können. Da werden ja teilweise, sind es schon Computeralgorithmen, die über die Kapitalströme und die Finanzströme entscheiden. Aber sie können die Realökonomie nicht beliebig beschleunigen. Die Produktion und auch die Konsumtion, insbesondere die Konsumtion übrigens, von Gütern ist zeitaufwendig. Wenn man irgendwie ein Haus konsumieren will, muss man irgendwie da drin wohnen. Selbst wenn man es nur kurz macht. Wenn man ein Buch konsumieren will, muss man es lesen. Also ich warte darauf auf den Tag, wo man das einfach in Pillenform nimmt. Ich habe jetzt das Kapital eingeworfen oder die Bibel. Aber noch geht es nicht. Also die realökonomischen Prozesse sind nicht nur auf der Produktion, sondern auch auf der Konsumtionsseite zeitaufwendig. Und deshalb, glaube ich, ist es zu einer Desynchronisation gekommen, zwischen der Geschwindigkeit an den Finanzmärkten, in denen Sie in Sekundenbruchteilen das Gehstrich erzielen, Rendite oder Profite oder Gewinne machen. Und der Realökonomie, wenn Sie das produzieren wollen. Und ich glaube, da sind wir wieder auf der kulturellen Seite, dieses permanente Steigerungsprogramm birgt auch die Gefahr unserer menschlichen Psyche, früher hätte man Seele gesagt, sagt heute kein Mensch mehr, jedenfalls nicht an der Uni, also die Subjekte zu überfordern. Anna Ehrenberg hat das irgendwie in seinem ersten Buch noch geschrieben, dass Erschöpfte selbst, der permanente Zwang zur Steigerung, der auf der Innovationsseite mit einem permanenten Zwang zur Neuerfindung einhergeht, führt zu einer psychischen Überforderung, der dann so etwas wie eine Psyche- oder eine Burnout-Krise zur Folge haben kann. Und darauf will ich jetzt noch ein bisschen, bevor ich gleich auf die Lösung komme, ich habe noch Zeit, ja, okay, noch mal ein bisschen eingehen. Also die Desynchronisation ist sozusagen die strukturelle Seite, auf der kulturellen Seite, auf der Seite der Erfahrung, der Subjekte, also von uns allen, droht nach meiner Diagnose so etwas wie Entfremdung und das scheint mir wirklich kulturwissenschaftlich höchst interessant zu sein, dass es da nämlich eine ganz eigenartige Dialektik gibt. Ich habe gesagt, die Moderne wird getrieben von der Idee, mehr Welt in Reichweite zu bringen, mehr Welt verstehbar, erreichbar und so weiter zu machen. Und komischerweise scheint es einherzugehen mit einem progressiven Weltverlust, so als würde die Welt zurückweichen. Ich habe jetzt zwar immer mehr Welt erreichbar, aber sie spricht nicht mehr zu mir, sie verstummt geradezu. Ich meine, ja, die Frage ist, wie man das genau, es gibt tausende von Beispielen, an denen man das erläutern kann. Ich will es gerne mal Ihnen sozusagen kulturhistorisch an der Geschichte der Sozialphilosophie nur skizzenhaft deutlich machen. Ich glaube, dass man wirklich, wenn man sich die Philosophiegeschichte der Moderne anguckt, da stellt man aus den unterschiedlichsten Richtungen fest, es gibt eine Grundangst dieser Gesellschaft und das ist die Angst, dass uns die Welt stumm wird, dass sie uns stahlhart gegenübersteht, dass sie nicht mehr zu uns spricht, dass die Art unserer Verbindung zu ihr oder eben der Weltbeziehung problematisch wird. Ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum Karl Marx zunächst so attraktiv war, hängt durchaus mit seinem Konzept der Entfremdung zusammen, später in der Fetischkritik erneuert, dass er nämlich sagt, in dieser Art des Produzierens tritt eine fünffache Entfremdung ein. Wir entfremden uns, das ist in Marxens Analyse, geht es über die Arbeit, das Produkt der Arbeit gehört uns nicht mehr, wir haben keine Kontrolle über den Arbeitsprozess und er wollte sagen, oder er sagt, besonders der frühe Marx sagt es, in der Arbeit begegnet der Mensch sich selber, er arbeitet an sich selber, weil er an der Welt arbeitet, das ist ein elementarer Vorgang für unser Selbst- und Weltverhältnis, das Abarbeiten an einem Gegenstand, auch das sich abmühen und wenn dieser Prozess sozusagen komodifiziert wird, ich würde sagen, einer permanenten Optionslogik unterworfen wird, dann tritt da eine Art von Fremdwerden in den Gestaltungsprozess, also bei Marx ist es die Entfremdung vom Produkt, vom Prozess und dadurch dann die Entfremdung von den anderen Menschen, die entweder Konkurrenten oder Klienten werden, in beiden Fällen stehen sie mir stumm gegenüber, wenn ich mit ihnen konkurriere, muss ich sie sozusagen ausstechen, wenn sie meine Klienten sind, werden sie zum Mittel meiner Selbsterhaltung und das führt am Ende zu einer Selbstentfremdung und auch zu einer Naturentfremdung. Die ganze kritische Theorie ist von dieser Idee geradezu besessen. Bei Adorno, er nennt es Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, das Argument ist sehr ähnlich gebaut wie meines, dass sie sagen, die Kontrolle der Natur, das entspricht meiner Weltreichweitenvergrößerung, ist bei Adorno und Horkheimer das Vordringen der instrumentellen Vernunft, das aber am Schluss zu einer Art von Selbstverdinglichung und Selbstentfremdung führt, zu einer Art Unterjochung von sich selbst. Bei Marcuse nennt es das prometheische Weltverhältnis. Auch das, was Marcuse da meint, ist eigentlich Weltreichweitenvergrößerung. Wie Prometheus, Weltgestalten erreichbar machen, beherrschbar machen. Und er sagt, was wir dabei verlieren, die Existenzweise wird problematisch. Er stellt dem gegenüber so etwas wie ein erotisches Weltverhältnis und meint aber nicht ein sexualisiertes, sondern eine andere Weise, auf Welt bezogen zu sein. Sie finden das auch bei Fromm und bei tausend anderen. Und dann von Lukacs bis Hornet haben sie so etwas wie eine Verdinglichungskritik, dass wir uns selbst übrigens, auch uns gegenseitig und die Natur auf eine bestimmte Weise verdinglichen. Nämlich nur noch zu einem kalten oder toten Objekt der Vergrößerung werden lassen. Adorno und Horkheimer hatte ich schon. Und bei Habermas gibt es die Kolonialisierung der Lebenswelt. Mir ist es noch wichtig zu sagen, dass es nicht nur in der kritischen Theorie so ist. Nehmen Sie Max Webers moderne Diagnose. Er beschreibt Modernisierungen als einen Rationalisierungsprozess, sagt aber, der hat eine Kehrseite, die nennt er Entzauberung. Entzauberung ist auf Englisch Disenchantment und auf Französisch Désenchantement. Und da hören Sie sozusagen wörtlich das, was ich mit Verstummen von Welt meine. Die Welt hört auf zu singen. Disenchanted. Chant ist sozusagen das Singen. Und die Welt wird disenchanted. Sie hört auf zu singen. Sie steht uns als etwas Stummes oder Kaltes oder Totes gegenüber. Und Camus hat diese Idee, dass das Absurde im Existenzialismus, das entsteht in dem Moment und aus der Erfahrung, dass uns die Welt als etwas Feindliches oder Schweigendes gegenübersteht. Was ich also damit nur beweisen will oder was ich zeigen will, ist, dass es da eine seltsame Kehrseite zu geben scheint. Weltreichweitenvergrößerung, mehr Welt unter Kontrolle bringen, in Reichweite zu bringen, scheint irgendwie einherzugehen mit einer bestimmten Art von Weltverlust. Bei Hannah Arendt zum Beispiel, das finden Sie auch zum Ausdruck gemacht, die sagt wirklich, wir verlieren die Welt, weil wir sie nicht mehr gemeinsam gestalten. Sie legt den Fokus da auf die politische Dimension. Ich glaube, dass man sogar Alltagspraktiken aus dieser Sichtweise vielleicht rekonstruieren kann. Die Tatsache, dass wir permanent versuchen, uns mit Musik zu beschallen, bis hin zu den Kopfhörern in der Straßenbahn, ist vielleicht Ausdruck eines verstummenes Weltverhältnisses. Wir erwarten nicht mehr, mit den Fahrgästen in der Straßenbahn oder der Landschaft um uns herum oder der Straßenbahn selbst in irgendeine Art von intensiven, bedeutungsvollen Austausch zu gehen. Deshalb versuchen wir uns, mit Kopfhörern in eine Art von Eigenresonanz zu versetzen. Gut, das ist nur die Zusammenfassung des, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das Weltreichweitenvergrößerungsprogramm hat eine seltsame Kehrseite, die man mit dem Begriff der Entfremdung zusammenfassen kann. Deren Kennzeichen ist, dass es eine Beziehung der Beziehungslosigkeit zum Ausdruck bringt. Entfremdung bedeutet, ich habe da eine Beziehung zu der Sache, aber sie sagt mir nichts, sie spricht nicht zu mir. Ich fühle mich komplett fehl am Platz. Vielleicht haben Sie gerade diese Erfahrung hier, dass Sie sagen, ich weiß nicht, wo ich da hingeraten bin, dieses Gefasel von dem Rosa da vorne, das ist total daneben und wenn ich mir die Leute links und rechts angucke, dann weiß ich auch nicht, was ich mit denen zu tun habe und der Raum ist scheußlich. Das ist eine Entfremdungserfahrung. Ich bin jetzt zwar hier, aber das sagt mir nichts und so kann es Ihnen mit Ihrer Familie gehen. Sie sitzen mit denen am Frühstückstisch und fragen sich, was Sie mit den Leuten zu schaffen haben, für die Sie vielleicht sorgen müssen und an der Arbeitsstelle und überall, also Rahel Jecki sagt, Entfremdung ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit und ehrlich gesagt, also ich meine, an der Stelle finde ich schon interessant, ich kriege da immer auch Widerspruch und ich weiß nicht, bin ich gespannt, wie Sie darüber denken, aber ich finde das, also Musik ist für mich eine wichtige Resonanzbeziehung, der eine, wo Welt zum Sprechen bringt, die Welt zum Sprechen bringt und ich habe schon immer meine ganze Entfremdungstheorie auch auf die Beobachtung aufgebaut, dass je weniger mir Musik sagt, umso mehr CDs kaufe ich, ich bin CD-Kaufsüchtig sozusagen, also wenn ich irgendwie eine CD finde, die mir total, die zu mir spricht, dann höre ich die vielleicht wochenlang, wenn ich aber das Gefühl habe, das sagt mir alles nichts, dann steigt meine Kaufrate und dann ist mir noch was ganz besonders Spannendes aufgefallen und als ich herausgefunden habe, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, dachte ich, okay, mein nächstes Buch, ich weiß nicht, über was ich es schreibe, weil ich habe ganz viele CDs, da ich ja kaufsüchtig bin, aber komischerweise ist mir aufgefallen, dass ich ein intensives Verhältnis eigentlich nur zu den vielleicht 20 oder 30 CDs, die irgendwie vor meinem Bett liegen habe und natürlich denke ich dann immer, ich muss aufräumen und sie ins Regal stellen, aber das Komische ist, in dem Moment, wo diese CD im Regal steht, ist sie irgendwie eigentlich außer Reichweite, da ist sie irgendwie tot, da sagt sie mir nichts mehr, meine intensive Beziehung ist zu denen, die ich da unmittelbar im Nahfeld habe und das Problem ist, wenn sie Spotify, weil Spotify ist interessant, wie unser Verhältnis zur Musik, zu den Optionen sich verändert, dass wir nämlich mittels Spotify sozusagen uns zu oder ähnlichen Streamingdiensten, da erwerben sie ja kein einzelnes Produkt mehr, sondern sie erwerben sich den Zugang zu 20 Millionen Musiktiteln und die stehen ihnen eigentlich genauso wie im Regal gegenüber, also behaupte ich jedenfalls, also möglicherweise geht die Art der Beziehung, der Bezugnahme dazu verloren, also kurz und gut, Entfremdung ist ein Zustand, eine Beziehung der Beziehungslosigkeit, ich habe zwar die 20 Millionen Musiktitel, aber sie stehen mir alle gleichgültig gegenüber möglicherweise oder eben eine Arbeitsstelle oder eine Familienstelle, was da nicht gelingt, ist die Anverwandlung, dass ich einen Titel davon oder eine Aufgabe an meinem Arbeitsplatz oder eben bestimmte Menschen in eine Beziehung zu mir setze, die eine sprechende Beziehung ist, wie die gleich aussieht, sage ich in einer Sekunde, ich will nur noch darauf hinweisen, dass meiner Ansicht nach das, was wir heute als Depression oder Burnout diagnostizieren, und das habe ich sehr oft mit Psychologen, auch Psychiatern und Medizinern diskutiert, die an dem Punkt, eigentlich an den meisten Punkt, aber auch an dem Punkt zustimmen würden, dass ein Burnout ist, der Zustand des Verlusts aller Resonanzachsen, das ist genau das Gefühl, wo Sie das Gefühl haben oder der Zustand, in dem Sie das Gefühl haben, die Welt da draußen steht mir entweder gleichgültig oder feindlich gegenüber, schweigend, da draußen ist alles stumm, kalt, leer, kahl und komischerweise nehmen Sie sich auch selber so wahr, in mir ist alles stumm, kalt, bleich, leer, ist auch interessant, sich die ganze Lyrik darauf hin durchzusehen, diesen Zustand kannten alle Kulturen, aber dass unsere heutige Zeit so sensibel für das Burnout-Problem ist, liegt meiner Ansicht nach daran, dass wir sozusagen fühlen, dass uns diese Gefahr droht, die Welt spricht nicht mehr, sie steht uns gleichgültig kahl gegenüber, jetzt habe ich ja aber den Ausweg versprochen, also wissen Sie was, die Entschleunigung ist es nicht. Also weil Leute denken, das habe ich schon angedeutet, der Rosa ist für Entschleunigung, das ist irgendwie aus zwei Gründen quatscht, erstens, wenn die moderne Gesellschaft auf dynamischer Stabilisierung beruht, das heißt, wir müssen wachsen, beschleunigen, innovieren, damit wir uns erhalten können, da können wir nicht einfach sagen, lass uns langsam machen, wenn wir das kollektiv tun, kommen wir eben in eine kollektive Krise, wenn wir es individuell tun, kommen wir eben unter, da werden wir untergetrampelt, das ist ein kollektives Hamsterrad, sozusagen, was man insbesondere nicht kann, weil, also an dem Punkt, da werde ich irgendwie sauer, weil es nämlich gerade, es gibt insbesondere in der Politik, sehr starke Ideen, lass uns Zeitpolitik machen, Pascal Kuschmann, der ehemalige Schweizer Bundespräsident, oder in Deutschland zum Beispiel, die Grünen, eigentlich alle Parteien haben die Idee, wir brauchen Zeitpolitik, also wir brauchen mehr Wettbewerbe, das ist das heilige Mantra, wir müssen die Kindergärten mehr in Wettbewerbe schicken, die Schulen und die Abteilungen und die Unis sowieso, jeder Lehrstuhl muss mit jedem Lehrstuhl, am besten jeder Student mit jedem Studenten, durchgerenkt werden, wenn sie zum Beispiel ein Stipendium beantragen, dann fragen die ja immer zurück, wie viel da ist der, das ist ja wirklich so, Studienstiftung oder so, die wollen wissen, wie viel da ein Student ist im Ranking, also die großartige Idee der Politik ist, wir brauchen Wettbewerbe auf allen Ebenen, bis zum Biegen und Brechen und dann brauchen wir noch Innovieren, wir müssen innovativer werden und wir müssen vor allen Dingen das Wachstum voranbringen und außerdem machen wir noch Zeitpolitik, dass sie richtig viel Zeit kriegen, das funktioniert nicht, diese Logik, sie wachsen, beschleunigen und innovieren, ist Teil eines Gesamtkomplexes, man kann nicht Zeit betrachten, als Zeit ist ein extra, Feld, so wie, also irgendwie, man macht Verkehrspolitik, Wissenschaftspolitik, Wirtschaftspolitik und dann noch Zeitpolitik, Zeit geht quer über alle Felder hindurch, also wir können nicht alles so lassen, wie es ist und nur langsamer machen, das ist auch unmöglich, aber zum Zweiten ist es auch so, dass Langsamkeit gar nicht attraktiv ist, das sage ich schon inzwischen seit längerer Zeit, eine langsame Achterbahn stürzt ab, ein langsamer Notarzt ist tödlich, ein langsames Internet ist nervig, ja, also Langsamkeit kann nicht die Lösung sein, die Frage ist also, warum hat sie trotzdem so viele Anhänger, wie übrigens auch die Achtsamkeitsbewegung, ich würde sagen, ich glaube, wenn Menschen von Langsamkeit träumen, meinen die nicht einfach ein langsames Internet, sondern, sie meinen, eine andere Art, sie wünschen sich eine andere Art, das in der Welt seien es gerade so, sie wünschen sich die Möglichkeit, mit den Menschen, mit denen sie umgehen, nochmal anders in Kontakt zu kommen, mit dem Ort, an dem sie sich befinden, auf eine andere Weise in Beziehung zu treten, vielleicht mit dem Buch, das sie lesen, Speed Reading ist auch ein gutes Beispiel, ich kann irgendwie, wenn sie Speed Reading machen, das ist eigentlich ein super Beispiel für das, was ich sagen will, bei Speed Reading können sie ganz schnell, mit Querlesen gibt es angeblich ganz tolle Techniken, ganz schnell die notigen Informationen aufnehmen, sie wissen dann, was da drin steht, aber in ihnen bewegt sich gar nichts, da hat überhaupt keine Anverwandlung stattgefunden, richtiges Lesen ist eines, in dem sie merken, wie sie auf die Argumente reagieren, wie sie sich dem Gesagten öffnen, wie sie sich jetzt anverwandeln und dabei eine andere werden, als sie es vorher waren, oder ein anderer. Also, ich glaube, darum geht es den Entschleunigungsmenschen, nicht einfach um Langsamkeit, sondern um eine andere Art, das in der Welt seien es. Die Frage ist also, wie kann ich ein Weltverhältnis beschreiben, das nicht Entfremdung ist, und hier kommt die Lösung. Ah ne, es gibt noch einen kleinen Zwischenschritt, also, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also nochmal, wenn alles stimmt, was ich bisher gesagt habe, ist diese Beschleunigungslogik, diese Steigerungslogik, diese Wachstumslogik, ein strukturelles Problem, zum Beispiel ökologisches, ein demokratisches, auch ein ökonomisches übrigens, und ein kulturelles, ja, die Welt verstummt uns, statt dass sie spricht. Wie kann also eine Lösung aussehen? Und jetzt will ich sagen, auf der strukturellen Seite müssen wir den Modus dynamischer Stabilisierung irgendwie beseitigen, überwinden. Ich habe gesagt, dynamische Stabilisierung ist eine Gesellschaft, die sich nur durch Steigerungen erhalten kann, und das ist wirklich das Spezifikum der Moderne. Alle anderen Kulturen haben sich adaptiv stabilisiert, deshalb nenne ich hier das Gegenteil nicht, statische Stabilisierung. Es ist hoffnungslos, und es wäre einfach unsinnig, zu sagen, die Gesellschaft muss statisch bleiben, dass sich nichts innoviert, beschleunigt oder wächst, sondern sie muss sich adaptiv stabilisieren. Das heißt, wenn es aus irgendeinem Grund einen Bedarf gibt, für Wachsen, Beschleunigen oder Innovieren, dann muss sie in der Lage sein, zu wachsen, zu beschleunigen oder zu innovieren. Also zum Beispiel, wenn wir feststellen, es herrscht Nahrungsmittelknappheit in einem bestimmten Gebiet, muss natürlich die Brotproduktion wachsen können. Und wenn wir sagen, da tritt ein neuer Virus auf, da brauchen wir am besten beschleunigten Innovationen, die uns hilft, dieses Problem zu lösen. So haben Kulturen auch immer funktioniert. Je besser wir in der Lage sind, Reaktion kann auch auf einen kulturellen Bedarf sein. Zu wachsen, zu beschleunigen oder zu innovieren, also wachsen, beschleunigen, innovieren, um den Status quo zu ändern, sollte möglich sein. Das nenne ich adaptive Stabilisierung. Aber irgendwie am Anfang des Jahres zu sagen, Leute, wir müssen irgendwie dieses Jahr das Wirtschaftswachstum voranbringen. Nicht, weil wir zu wenig Autos, Kleidung, Nahrung oder Computer haben, sondern das Problem besteht gerade daran, dass wir eigentlich von alledem schon genug haben und aber trotzdem wachsen müssen, damit wir das erhalten können, was wir haben, ist meiner Ansicht nach ein durch und durch perverser Zustand. Also strukturell bräuchten wir einen Modus adaptiver Stabilisierung statt dynamischer Stabilisierung. Und da ist es nur erreichbar mit einer Reformation des ökonomischen Systems, weil diese kapitalistische Logik GWG Strich, solange sie so in Kraft bleibt, die Steigerung unmittelbar eingeschrieben hat. Die Lösung könnte so etwas wie Wirtschaftsdemokratie sein, insbesondere eine Verstaatlichung der Finanzmärkte, bin ich neuerdings großer Anhänger davon. Aber die ökonomische Transformation ist Aufgabe meines Kollegen Klaus Dörrer in Jena. Wir haben da nämlich einen Kollegen, was genau an dieser Frage arbeitet. Wir brauchen auch eine sozialstaatliche Transformation, da bin ich ein großer Anhänger eines bedingungslosen Grundeinkommens, am besten finanziert aus einer globalen Erbschaftssteuer, weil nämlich die Ungleichheit genau über Vermögen immer größer wird. Das ist aber die Aufgabe meines Kollegen Stefan Lessenig. Und wir brauchen eine kulturelle Transformation. Wir brauchen einen anderen Maßstab für Lebensqualität. Ich habe irgendwie gesagt, ich habe versucht, Sie davon zu überzeugen, dass Sie sich immer entscheiden für die Vergrößerung von Weltreichweite. Ich natürlich auch. Das scheint uns attraktiv, aber es hat diese Gefahr der Entfremdung, birgt sie. Also müssen wir uns nochmal überlegen, könnten wir eine andere Definition des guten Lebens finden. Ja, hier kommt sie. Also, meine Idee ist, wir sollten auf eine andere Weise mit Welt in Beziehung treten. Es sollte nicht darum gehen, weder individuell noch kulturell Reichweite zu vergrößern, sondern Glück erfahren Sie, gelingendes Leben erfahren Sie, dann, wenn Sie Resonanzerfahrungen machen beziehungsweise in Resonanzbeziehungen stehen. Was heißt das? Ich meine, wir haben vorhin die Musik genommen. Wenn Sie immer mehr Titel unter Ihre Kontrolle bringen, das ist vorübergehend auch ein Glücksgefühl. Ja, ah, jetzt habe ich Spotify. Aber eigentlich besteht das Glück darin, dass es ein Versprechen auf was ist? Ein Versprechen darauf, dass Sie mittels der neuen Technologie die Musik finden, die Sie wirklich berührt und bewegt. Ich finde, sogar hinter dem Steigerungsprogramm steht noch die Hoffnung darauf, den Weltausschnitt zu finden. Die Menschen, die Landschaft, die Ideen, die Musik, was immer es sein mag, was sie wirklich etwas angeht, was sie anspricht, was sie berührt. Weil wenn man nämlich fragt, was waren in Ihrem Leben die wichtigsten Ereignisse? Oder auch im letzten Jahr. Wo war das Leben so, dass Sie das Gefühl hatten, das ist gelingendes Leben? Dann werden Sie in aller Regel nicht mit Programmen der Reichweitenvergrößerung antworten, sondern Sie werden eine Geschichte erzählen, an deren Ende Sie dann sagen, und das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich bewegt. Und häufig hat diese Geschichte das Element, und da hatte ich Tränen in den Augen. Und was kann das sein? Eine Begegnung mit anderen Menschen, ein Buch, das Sie vielleicht gelesen haben, eine Musik, die Sie gehört haben, eine Landschaft, die Sie besucht haben, eine Seinsweise, die Sie erfahren haben. Aber es geht immer darum, dass etwas Ihre Existenz geradezu verflüssigt hat, sie erreicht hat, sie als Person angegangen ist. Ich nenne das hier, ich habe es ein bisschen postmodern kodiert, Affizierung, etwas bewegt, berührt mich. Das ist mit Affekt eigentlich gemeint. Etwas durchschlägt mein Panzer, auch diese Optimierungslogik, und geht mich wirklich an. Und allerdings ist Resonanz nicht nur dieses passive Überwältigtwerden, sondern auch das Daraufantworten, dass man selber mit jemand anderem oder etwas anderem in Kontakt tritt. Ich habe die auch erreicht, ich habe die Augen leuchten sehen, zum Beispiel von anderen Menschen. Das ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Es ist nicht nur so, dass die Welt irgendwie mir etwas sagt, mich berührt und bewegt, sondern ich stehe mit dir in lebendigem Austausch. Resonanz ist eine Antwortbeziehung. Eine Antwortbeziehung aus zwei Seiten. Etwas spricht mich an, bewegt, berührt mich, geht mich an, meint mich. Und ich erreiche es auch. Ich kann darauf antworten. Ich bewege mich darauf hin. Das ist eigentlich, das ist sozusagen, das ist der Kern dessen, was ich als Resonanz beschreiben will. Das ist die Beziehung des Hörens und Antwortens. Und auf was sie hören, das können andere Menschen sein. Das können aber auch, das kann die Natur sein, dass sie sagen, und dann bin ich an den Ozean gegangen oder auf den Berg oder sonst wo hin. Und da ist was passiert. Menschen nach Resonanzerfahrung sagen, und irgendwie war ich danach ein anderer. Und jeder und jede von Ihnen macht solche Erfahrungen. Es gibt überhaupt keine, ich habe Jahre lang und mache das immer noch, Biografien studiert. Also nein, biografische Interviews. Wir interviewen Menschen manchmal über Stunden hinweg. Und eigentlich erzählt einem jeden, jeder und jede, wenn Sie Ihren Lebenslauf erzählen, Begegnungen oder Erfahrungen, wo Sie sagen, und hinterher war ich irgendwie ein anderer oder eine andere als vorher. Das kann ein Buch sein, das Sie lesen, das kann ein Mensch sein, dem Sie begegnen, das kann eine Arbeit sein, eine Tätigkeit. Und dann war ich da in dem Steinbruch und nachher war ich ein anderer als vorher. Okay, Steinbruch war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Beim Helmholtz-Zentrum. Ich meine, vielleicht können wir nachher diskutieren, weil ich nämlich jetzt verschworen habe, ich bin in zehn Minuten fertig oder fünf, schaffe ich aber auch. Panik. Also in der Resonanzbeziehung, na gut, dann sage ich es jetzt doch. Also mein Lieblings ist eigentlich, Resonanz ist erstmal ein akustischer Begriff, ein Begriff aus der Physik. Und eigentlich, es gibt zwei Weisen, das sich zu verdeutlichen. Das eine ist, Sie haben einen Klangkörper, eine Gitarre oder eine Geige zum Beispiel. Die können eigentlich nur resonieren, also zum Beispiel, ich klatsche in die Hand und die Geige resoniert oder die Gitarre oder das Klavier. Das hat zwei Voraussetzungen. Erstens, der Körper muss hinreichend geschlossen sein, damit überhaupt ein Resonanzkörper ist. Wenn Sie die Gitarre porös bauen, aus einem ganz porösen Material, Styropor oder so, dann resoniert da nichts, weil das keine eigene Stimme hat, keine eigene Frequenz. Der Klangkörper muss geschlossen sein, aber er muss hinreichend offen sein, um sich berühren und bewegen zu lassen. Deshalb glaube ich, Resonanzbeziehungen haben genau diese beiden Erfordernisse. Ich muss eine eigene Stimme entwickeln und hörbar machen können, als Subjekt zum Beispiel. Ich muss aber auch in der Lage sein, da draußen etwas zu hören, dem ich Bedeutung gebe. Das ist hier mit starke Wertungen gemeint, von dem ich glaube, das sagt mir etwas, das ist für mich wichtig. Aber die meisten Menschen finden Resonanz erstmal eine ganz tolle Idee, bis man versucht, sie auszubuchstabieren. Dann sagen sie, ja, ist halt nur eine Metapher. Und eigentlich will ich sagen, nee, es ist nicht nur eine Metapher, es ist eine Beziehungsform. Und als Beispiel für diese Beziehungsform, ich habe das manchmal mitgenommen, aber hier wollte ich das jetzt irgendwie nicht tun, wenn Sie zwei Metronome nehmen und die jeweils mit leicht unterschiedlicher Frequenz laufen lassen, das eine auf 190, das andere auf 182, zum Beispiel Schlägen pro Minute, können Sie auch andere Schläge nehmen, aber nicht zu weit auseinander. Und die stellen Sie auf eine harte Oberfläche, eine Marmoroberfläche und lenken es gegeneinander aus, dann tackern die halt nebeneinander her. Das Schnellere holt irgendwann das Langsame ein, dann sind Sie kurz im Gleichklang, dann überholt das Schnellere, das Langsame, dann sind Sie wieder auseinander. Wenn Sie die aber auf einen Resonanzboden stellen, dann können Sie einfach aus zwei Cola-Dosen bauen und ein dünnes Brettchen, ich habe so ein Plastiktablettchen, wenn Sie die da draufstellen, dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Zuerst habe ich gedacht, da ist Esoterik im Spiel. Also innerhalb von wenigen Minuten, von zwei Minuten oder so, sind die im kompletten Gleichklang. Die schlagen mit gleicher Geschwindigkeit und da denkt man irgendwie, man spinnt, weil die ja unterschiedlich schnell eingestellt sind. Und dann stellt man fest, die ganze Konstruktion fängt an, sich zu bewegen. Das ist der entgegenkommende Resonanzraum oder der Resonanzboden. Jetzt sagen mir manche Physiker, das ist gar keine richtige Resonanzbeziehung, das ist ja zwungene Schwingung. Ja, aber dann sage ich, ist mir egal. Weil ich trotzdem daran erläutern kann, was ich meine. Weil diese beiden, also wir haben Metronom A und Metronom B und was passiert ist, Metronom A erreicht Metronom B. Es hat einen Einfluss darauf. Das ist aber nicht eine linear, eine kausal-lineare Verbindung im Sinne von, wenn ich das eine schneller mache, wird das andere eben auch schneller. Die sind nur über einen Resonanzraum verbunden, aber die Schwingung oder die eigene Frequenz erreicht das andere. Gleichzeitig wird aber Metronom A auch von dem Metronom B erreicht. Also wenn es zwei Menschen wären, in dem, was ich sage, ich erreiche sie, aber ich werde auch von ihrer Antwort erreicht, sodass sich beide verändern in ein gemeinsames Hin. Also eine Resonanzbeziehung ist eine Antwortbeziehung, bei der beide mit eigener Stimme sprechen, nämlich eine eigene Frequenz haben, die auch sofort wieder zum Tragen kommen, sobald ich das Ding von dem Brettchen runternehme oder das Ding irgendwie störe, die reden beide weiterhin mit eigener Stimme, erreichen sich aber gegenseitig. Ich werde vom anderen erreicht und erreiche das auch, sodass eine Transformation stattfindet, in dem Fall in ein gemeinsames Hin. Und es geht mir jetzt überhaupt nicht um das Endergebnis, nämlich eine Synchronresonanz, die sind im Einklang, sondern um das davor, eine Responsresonanz, die reagieren aufeinander. Ich glaube, dass in den Sozialverhältnissen ein Einklang niemals auf Dauer herstellbar ist. Und genau genommen glaube ich, dass eine Konsonanz auf Dauer, eigentlich ist das sogar bei den Metronomen so, Resonanz verunmöglicht. Weil nochmal, Resonanz bedeutet, zwei Seiten, die mit jeweils eigener Stimme sprechen und aufeinander so reagieren, dass sie sich dabei transformieren. Wenn alles konsonant ist, wenn wir komplett einer Meinung sind, nehmen wir mal an, wir diskutieren über irgendwas, wo wir alle sowieso einig sind. Übrigens, nein, ich lasse das jetzt mit politischen Allegorien, also nehmen wir das an. Dann machen sie keine Resonanzerfahrung, weil sie gar keine andere Stimme hören, die sie irritiert, die mit eigener Stimme spricht und sie zu einer Antwort zwingt. Sie erfahren auch ihre eigene Stimme, nicht als eigene Stimme, weil wir ja alle einig sind. Also Konsonanz ist nicht Resonanz, kann gar nicht Resonanz sein. Reine Dissonanz kann auch nicht Resonanz sein, weil sie dann nicht auf den anderen reagieren, sondern sie schließen oder dem eine reinhauen wollen. Resonanz ist also das, was sich zwischen dem Konsonanz- und dem Dissonanzraum ereignet oder vollzieht. Gut. Ja, das brauchen wir alles nicht. Vielleicht noch diese beiden Punkte. Ich habe die Resonanzbeziehung jetzt beschrieben. Warum ich glaube, dass das der Ausweg aus der Steigerungslogik ist, liegt einfach daran, dass Resonanzbeziehungen, und nochmal, ich glaube, Menschen sind immer schon Resonanzwesen. Das kann man wirklich in der Psychologie gut zeigen. Und sogar in der Neurologie, wenn man sich Gehirne anguckt, oder sowas wie Spiegelneuronen, ob es die jetzt gibt oder nicht, es gibt jedenfalls Spiegelungsprozesse auf neuronaler Basis. Und ich finde, Sie können zeigen, nehmen Sie einfach kleine Kinder, Babys, Neugeborene, wie die mit der Welt in Kontakt treten. Das ist wirklich ein Resonanzspiel. Lange bevor Sie eine Sprache haben, versuchen Sie mit den Augen, mit der Stimme, mit dem Greifen, in Resonanz mit der Welt zu treten. Und Sie können als Erwachsene fast gar nicht anders, als darauf mit Resonanzzeichen, Gesten, Signalen zu reagieren. Man muss sich echt zwingen, das nicht zu machen. Joachim Bauer nennt das Mobbing an der Wiege. Wir haben doch ein kleines Kind. Wenn Sie sich beim ganz kleinen Kind an die Wiege stellen und einfach nicht reagieren, weder gestisch, noch mimisch, noch stimmlich, dann wird dieses Kind wahnsinnig. Also es fängt an zu weinen und dreht sich ab, weil es diese Art von Beziehung nicht kennt. Also wir kennen alle Resonanzbeziehungen, aber Sie haben ein, und das ist für meine ganze Theorie, das ist nach und nach, wie ich sie entwickelt habe, immer wichtiger geworden. Sie haben dieses Moment der Unverfügbarkeit. Sie können nie garantieren, dass sich Resonanz ereignet. In allen Bereichen. Sie hören Ihre Lieblingsmusik und je nachdem, wenn Sie schlecht drauf sind oder die Musik schlecht interpretiert ist, passiert gar nichts in Ihnen. Sie denken, ich höre das irgendwie, aber es sagt mir gar nichts. Oder Sie begegnen Ihren Freunden oder sogar den Menschen, die Sie lieben. und Sie kommen eben nicht in Resonanz. Sie wollen einen schönen Abend im Kerzenschein verbringen und haben sich das teuerste Restaurant ausgesucht und vielleicht wird es eine einzige Entfremdungserfahrung. Übrigens Heiligabend ist ein gutes, ist ein super, ja, wir operieren bis um 17 Uhr im Steigerungsmodus und dann wollen wir ganz auf Resonanz gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Entfremdungserfahrung machen, ist ziemlich hoch dann. Und das gilt für alle Arten von Resonanzbeziehungen, für Naturerfahrung, für Kunsterfahrung, für Sozialerfahrung und auch für Arbeitserfahrung. Bei Arbeit habe ich noch gar nicht gesprochen. Aber ob sich Resonanz ereignet oder nicht, lässt sich nicht garantieren. Man kann an den Voraussetzungen arbeiten, aber Sie haben dieses Moment des sich Entziehens, des nicht instrumentellen Herstellbaren und deshalb lassen Sie sich nicht steigern. Sie lassen sich nicht akkumulieren, es gibt kein Resonanzkonto und Sie können nicht durch Steigerung die Resonanz vermehren. Also nehmen wir an, es gibt eine Musik, ein Lied, das Sie zu Tränen rührt, wenn Sie das jetzt jeden Tag spielen und immer um fünf, wenn Sie schlecht drauf sind, das einzige Erfolg, den Sie damit haben, ist, dass Ihnen das Lied irgendwann nichts mehr sagt, sondern dass es Sie ankotzt. Also Resonanz hat ein nicht steigerbares Moment der Unverfügbarkeit und ein transformatives Moment. Und deshalb entzieht sich diese Aneignungslogik. Das ist nicht, ich reiße es mir jetzt auch noch unter den Nagel. In dem Moment, wo Sie mit einer Sache, einer Landschaft, einem Ding, einem Menschen in Resonanz treten, verändern Sie sich auf eine Weise, die Sie nicht genau vorhersagen können, weil dieses Andere, mit dem Sie in Begegnung treten, ein anderes ist. Und deshalb ist eine Lebensführung, eine Gesellschaft, die sich auf Resonanzbeziehungen setzt, etwas anderes als eine Steigerungsgesellschaft. So, das ist meine letzte Folie. Ich glaube, dass wir Resonanzen nicht nur zu Dingen haben, in der Arbeit übrigens, da geht es um Resonanzprozesse, wenn Sie einen Text schreiben, der sagt immer was anderes, als das, was Sie sagen wollen. Und in dieser Auseinandersetzung damit, wenn man sich an einem Text abmüht, stellt man eigentlich genau das fest, Sie verändern den Text, Sie erfahren sich als selbstwirksam, aber indem Sie das durchgearbeitet haben, sagen Sie auch was anderes, als Sie ursprünglich sagen wollten. Das ist eine Resonanzbeziehung. Wir haben Resonanzen zu Dingen, ein Bäcker hat es zum Teig, ein Gärtner zu den Pflanzen, ein Friseur zu den Frisuren und zu den Menschen, aber wir haben darüber hinaus auch eine Sehnsucht danach, mit der Existenz der Welt als Ganzes in eine Art von Resonanz gehen. Das, was Karl Jaspers das Umgreifende nennt. Menschen brauchen einen Sinn dafür, wie sie mit dem Leben, der Wirklichkeit, der Welt, dem Universum, in ihrem tiefsten Innersten verbunden sind. Was liegt am Grunde ihrer Existenz? Ich glaube, das ist die zentrale Frage für uns alle. Und ich glaube, das erklärt, wieso Religionen so ein wirkmächtiger Faktor in der menschlichen Geschichte bis heute sind. Wenn Sie sich die monotheistischen Religionen angucken, ich glaube, es ist für die anderen aber auch so, dann sehen Sie da eine einzige große Resonanzidee, ein Resonanzversprechen geradezu. Die Bibel ist ein Dokument des Suchens, des Rufens, des Flehens, des Schreiens nach einer Resonanz am Grunde unserer Existenz. Und sie gibt dieses große Gegenversprechen, da ist einer, der hört dich, der sieht dich, der hat dich bei deinem Namen gerufen, sozusagen. Er hat diese Idee am Grund meiner Existenz liegende Resonanzbeziehung erklärt, wieso Religionen so wirkmächtig sind. Aber die Moderne kennt andere Formen umgreifender Resonanzbeziehungen und insbesondere nämlich die Kunst und die Geschichte, aber das will ich jetzt nicht mehr machen, weil ich keine Zeit mehr habe, sondern die Natur. Ich glaube, für uns moderne Menschen ist die Natur auf viel mehr Wegen, als uns auf Anhieb einleuchtet, eine zentrale Resonanzsphäre. Die Stimme der Natur zu hören, mit der Natur in Beziehung zu treten, sie zu spüren, ist für uns ein essentieller Modus des mit dem Leben der Welt in ein Resonanzverhältnis Tretens. Ich habe es versucht, ein ganz klein bisschen darzulegen, wobei man sagen muss, das ist wirklich jetzt mein letzter Punkt, weil ich habe an der Stelle experimentell über Natur nachgedacht. Wie behandeln wir Natur? Sie ist auf einer Seite natürlich das Instrument, die Ressource für das Reichweitenvergrößerungsprogramm und das Gestaltungsobjekt. Sie ist gerade das, was wir in Reichweite bringen wollen. Man sieht es am besten zum Beispiel in unserem Verhältnis zu Tieren. Bei der Massentierhaltung haben Sie natürlich einen Moment ultimativer Verdinglichung. Wir optimieren das und übrigens auch bei Versuchstieren. Da sieht man sozusagen, wie wir Tiere komplett resonanzfrei auf Distanz bringen. Das ist das, was wir verstehen, manipulieren, unter Kontrolle bringen wollen oder nutzbar machen wollen. Aber dann haben wir diese andere Idee, dass Natur die Sphäre ist, in der wir auch uns selbst begegnen. Übrigens, das ist wirklich wie bei der Religion. In der Religion, wenn Sie beten, dann wenden Sie sich zugleich nach außen und nach innen. Das ist wirklich interessant. Sie können gar nicht sagen, ob der Beter jetzt nach außen oder nach innen gerichtet ist. So bin ich auf die Idee mit der Achse gekommen. Man stiftet eine Verbindung zwischen mir, innen und Gott in dem Fall oder wer immer das sein mag, da draußen und fühlt eine Resonanz. Da ist etwas, was mir antwortet, aber ich fühle auch meine eigene Stimme dabei. Und genau so nehmen Menschen Kunst wahr. Beim Musik hören haben sie die identische Beziehung. Die Musik ist außen und sie ist innen. Sie setzt das Innen und das Außen in eine Resonanzbeziehung. Und so nehmen wir Natur wahr. Am Ozean, wenn die Wellen heranrollen, man steht da schon anders. Resonanz ist eine physische Erfahrung. Ich habe da eine andere Art der Weltbeziehung. Ich fühle mich verbunden mit einer lebendigen Atmenden gerade zur Natur. Und diese Erfahrung machen Menschen auf den Bergen, manchmal auch im Schrebergarten oder in der Wüste oder so. Die Idee ist, oder im Wald, der Deutsche macht es im Wald. Ich muss dorthin, ich muss in die Wüste hören, um mich selber zu spüren oder zu erleben. Das ist diese Idee, eine Achse zu erzeugen. Gut, habe ich schon. Ach so, und übrigens, nein, lassen wir das weg. Und ich glaube, jetzt diese Doppelhaltung zur Natur erklärt diese persistente, was jetzt, glaube ich, für ein Umweltforschungszentrum wichtig ist, diese altbekannte, riesige Graben zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln. Wie wir wissen, je besser das Umwelt, je schärfer das Umweltbewusstsein ist, je entwickelter, umso größer der Fußabdruck. Da scheint es überhaupt keine Verbindung zu geben oder allenfalls eine negative. Je bewusster wir werden umso schweiniger leben wir. Und ich glaube jetzt, ich glaube, dass man das aus diesem Auseinanderfallen sehen kann. Wir benutzen in unserem Handeln vielleicht gezwungenermaßen die Natur als Ressource, als Instrument und als Gestaltungsobjekt. Aber in unserem Umweltbewusstsein werden wir getrieben von der Angst, dass die Natur eine Resonanzsphäre ist. Wir können nämlich die Natur gar nicht zerstören, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Wir können die nur, ich bin gleich fertig, wir können sie als Resonanzsphäre verlieren. Also die These lautet, die ökologische Grundangst gilt dem Verstummen der Natur als Resonanzquelle und nicht der physischen Zerstörung der Natur. Und besonders interessant finde ich, ich meine, an der Stelle kriege ich tendenziell immer Ärger mit meinen Kollegen, aber ich finde es schon interessant, dass heute, es gibt keinen Taifun mehr, keine Lawine, keinen Wirbelsturm, kein nichts, wo Menschen nicht richtig sauer werden, wenn du bestreitest, dass das menschliche Ursachen hat. Weil ich glaube, es gibt dieses große Verlangen, dass die Natur uns jetzt endlich antwortet. Selbst so angeblich seriöse Medien wie die Zeit hat geschrieben bei dem Taifun auf den Philippinen, der Hammerschlag der Natur oder die Antwort der Natur. Das sind alles hier Zitate, die Rache der Natur, die Antwort der Natur, der Hammerschlag der Natur. Die Idee ist immer, jetzt spricht sie zu uns. Jetzt macht sie sich hörbar, weil wir ihre Stimme ignoriert haben die ganze Zeit. Und besonders cool fand ich es bei dem Tsunami von 2004, dass es jede Menge Berichte gab, dass die Menschen oder die Tiere, die die Stimme der Natur noch zu hören vermochten, die sind gerettet worden. Aber wir, die wir nicht mehr die Stimme der Natur hören, wir sind ersoffen. Hier ein Stern, ein Sterntitel. Touristen ertranken, Tiere und einheimische Überlebten auf den Andermaren und Nikobaren angeblich. Diese Idee, mein letztes Argument, dann höre ich auf. ich glaube wirklich, warum kaufen sie lieber auf dem Markt ihr Gemüse als bei Aldi? Lass mich übrigens gerne von Ihnen eines Besseren belehren. Aber ich glaube, sogar in solchen Praktiken kommt noch diese Idee zum Vorschein, dass die Natur irgendwie Wege zu uns findet, die unser Bewusstsein unterlaufen, weil sie lebendig ist und uns antwortet und mit unserem Leib in eine Beziehung tritt, der sich unserem Bewusstsein verschließt. Weil nach allem, was ich weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, ernsthaft krank zu werden, tausendmal größer, wenn sie das Gemüse auf dem Markt kaufen, weil da gibt es Bakterien, Schimmeln, Pilze, Fäulnisse, alles Mögliche. Davor sind sie alles sicher, wenn sie das Gemüse bei Aldi schön abgepackt kaufen. Aber wir haben die Idee, dass dieses Verarbeiten und Abpacken die Stimme der Natur in dem Produkt tötet. Ja, das organische Verbundensein geht uns dann verloren. So funktioniert Homöopathie, so funktionieren Horoskope zum Beispiel. Also, Natur ist für uns Menschen immer noch als Idee eine große, zentrale Resonanzsphäre, mit der wir in eine Antwortbeziehung treten können. Gut. Aber was wir jetzt, das Problem, was wir haben, es gibt eine Spaltung zwischen diesen oasenhaften Resonanzerfahrungen, wenn ich am Ozean stehe, und dem Alltagshandeln, Massentierhaltung und Tierlabor. Was wir also bräuchten als Ausweg, ist erstens kulturell eine Umschaltung von Reichweitenvergrößerung auf Resonanz und institutionell ein Überwinden dieser Spaltung, weil genau genommen, Sie operieren die ganze Zeit im Steigerungsmodus und dann wollen Sie irgendwie am Freitagabend ins Konzert oder am Samstag ins Outdoor-Camp oder am Sonntag in den Gottesdienst, um da plötzlich ganz umzuschalten und ganz resonant zu sein. Auf beide Weisen verfehlen wir ein resonantes Weltverhältnis. Was man also tatsächlich bräuchte, wären Institutionen, die sozusagen Resonanzbeziehungen und Nutzbeziehungen Wiedereinander angleichen und tatsächlich gibt es ja ein paar. Ökologische Landwirtschaft, da hat die Kuh Namen und wird trotzdem genutzt. Essbare Stadt, das ist irgendwie eine Stadt, die infrastrukturell funktionieren muss, aber plötzlich das Gemüse gegessen werden kann. Vielleicht auch lokale Energiegenossenschaften, die den Bach oder den Wind vor Ort, da haben Sie sozusagen Natur mit drin, in eine Nutzbeziehung setzen. Also ehrlich gesagt sind das keine wirklichen Lösungen. Ich habe auch nicht wirklich sagen wollen, dass ich die Lösung hätte, sondern nur eine Idee, in welche Richtung wir die Lösung suchen sollen und den Rest überlasse ich jetzt Ihnen. Vielen Dank für die lange Geduld. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.